Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ampel-Koalition geht die Suche nach einer Lösung in der Haushaltskrise weiter. Die Gespräche zwischen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind am Abend vertagt worden. Aus der Wirtschaft werden Stimmen laut, schnell einen Kompromiss zu finden. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der deutschen Presseagentur, in einem Haushalt von 470 Milliarden Euro müsse es möglich sein, 17 Milliarden zu sparen. Es gebe kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem, so Dulger. Auch bei der Weltklimakonferenz in Dubai gestalten sich die Verhandlungen schwierig. Eigentlich sollte das Treffen heute Mittag enden, nun wurde es verlängert. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, fordern Nachbesserungen an einem Entwurf des Abschlusstextes. Ein Bekenntnis zu einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gibt es daran nicht. EU-Klimakommissar Huxtra nannte den Entwurf unzureichend. Auch Außenministerin Baerbock reagierte mit Kritik. Der vorliegende Vorschlag der COP-Präsidentschaft ist eine Enttäuschung. Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht akzeptabel. Dem Text fehlen vor allen Dingen die konkreten Instrumente zur Umsetzung, um auf den 1,5-Grad-Pfad überhaupt noch zu kommen. Und ihm fehlen die konkreten Instrumente, die es für die nötige Energiewende, gerade in Regionen Afrikas, Asien und Lateinamerikas, braucht. US-Präsident Biden empfängt heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Mit der Einladung wollten die USA ihr unerschütterliches Engagement für die Ukraine unterstreichen, hieß es bereits vorab. Allerdings blockieren im Kongress die Republikaner die Freigabe weiterer Mittel für das Land. Der grünen Politiker Hofreiter erläuterte im Morgenmagazin, welche Haltung er in dieser Blockade erkennt. Wenn man in Washington ist, und ich war erst im Juli in Washington, dann sagen die einem relativ offen, also das ist ein Krieg in Europa, kümmert euch Europäer mal darum, warum müssen wir als USA immer alle Probleme auf der Welt und auch noch in Europa lösen. Und damit haben sie einen Punkt. Und wir als Europäer kümmern uns viel zu wenig darum, gerade Deutschland als mit Abstand mächtigstes und wirtschaftlich stärkstes Land tut noch immer deutlich zu wenig. Und das werden wir am Ende alle bitter bereuen, wenn das so weitergeht. Israel will die Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausweiten. Wie das Militär mitteilte, soll ein weiterer Grenzübergang genutzt werden, um Lastwagen zu kontrollieren. Allerdings stünde der Checkpoint nur für die Überprüfung zur Verfügung. LKW mit Hilfsgütern müssten anschließend zum Grenzübergang Rafah in Ägypten fahren, um von dort in den Gazastreifen zu gelangen. Israel kontrolliert die Lastwagen, um zu verhindern, dass Waffen in den Küstenstreifen gelangen. Vor der Küste Jemens ist ein unter norwegischer Flagge fahrender Tanker beschossen worden. Die Husi erklärten, das Schiff Strinda sei angegriffen worden, da es nicht auf Warnungen reagierte. An Bord gab es einen Brand, aber keine Verletzten. Die vom Iran unterstützten Husi hatten zuletzt gedroht, Schiffe an ihrer Fahrt nach Israel zu hindern. Seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten greifen sie Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen an. Und noch der Blick aufs Wetter. Viele Wolken heute, vor allem im Westen und Süden Regen, zwischen Schwarzwald und Allgäu Dauerregen. In der Mitte ist es freundlicher, Höchstwerte 4 bis 15 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr und hier geht es jetzt weiter mit Live nach Neuen mit Alina Stiegler und Peter Grossmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.